Was wir mal gesehen haben, das ist wirklich einmal ein echt toller Regenbogen. Und zwar zwei, einer etwas schwach und einer sehr sehr stark. Sowas sieht man nicht immer oder eher sehr selten, zwei Regenbögen nebeneinander. Und vor allem so stark ist selten ein Regenbogen. Eine zweite verschwindet momentan oder eine ist wirklich extrem kräftig. Alles nur, weil es bei uns seit einigen Tagen immer wieder regnet. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.